um pst ich größe euch freunde ich hab mir mal nur gezeigt und hab der Tresore ein bissl auf aufgehauen und wir sind schon wieder gespürt wir reiben jetzt erst mal den Schatz kommen aus wir haben aber irgendwas Döller, weil unser Inventar ist fast voll wow, Alter, ach du Scheiße checken wir mal die anderen Schenken an oh, da sind so viele Sachen drin wie könnt ihr denn alles mitnehmen scheiße Dreck, was macht man so viel zu achten so viel zu achten wir meinen auf jeden Fall nochmal da zurückkommen Patronenhülsen brauchen wir auf jeden Fall auch was macht man denn da scheißen Dreck so viel Loot ich will alles mitnehmen Moment, ich mach mir da bissl das ist so dunkel ich mach mich nicht dunkel oder mach ich nicht einfach den da was war das Waffenkisten noch mehr Sachen der ist leer Boah, Alter, da ist eh überall was drin scheiße oh, Munitionskisten, da ist auf jeden Fall immer was geistern Oh,amental, da sind die schon drin oh Gott sind die schon immer hier drin ich kann nichts mehr mitnehmen oh, die Ingest Hill Pffrrr dann werd auf jeden Fall einmal zurück Oh, Gott halt scheiß das Papier an wir brauchen jetzt kein Papier aber wir brauchen ein Fockel ich muss jetzt mal überlegen, wie ich da wieder rauskomme da ja leider eine auch so geniale Person, die die Leiter kaputt gekaut hat und da ein Zombie draufsteht oder zwei oder drei oder oder die 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 Schaufel dabei Jo Das wird jetzt wahrscheinlich mal tot werden Jo 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 Das wird dumm Das ist wohl wirklich dumm Nein Nein Geh weg Ich bin infiziert Ich stirb wieder Ja Der Schimmelblock kann folgen Oh Gott Das wird gleich Ich kann ja gleich erinnern Wenn wir meinen Rassi Oh scheiße Und Ich bin infiziert Ich bin infiziert Ich bin infiziert Wir haben ob ich wieder näher so 70 leben oh nein OH! WOOOOOOSH! Was wurde das?! OITER 72 leben Was wurde das bitte?! Wieso bin ich ins den gestorben? Das ist doch ein schlechter Scherz jetzt gewesen Was wurde das?! Ich check es nicht Ist da hinten Licht? Nö Hat nicht rausgeschaut Wieso bin ich gestorben? Ich war instant tot Obwohl ich noch 18 Leben gehabt habe oder 14 Als ob ich mich noch geschossen hätte oder sowas Aber ich bin ja nur jetzt da drin Oder? Ja Hm Hm Das ist mir ein Rätsel Hm Ähm Je nach halb von A gute Stunde jetzt Ja Gute Stunde kommt hin Wieder Auf 72 Leben Überlebensprofi nennt man sowas Survival-Experte Ok Ich muss da aber nochmal eine Ich muss da aber nochmal eine Weil ich gern die anderen Teilchen noch hätte Hm Hm Ich muss halt ziemlich alles da liegen Ich muss das da wieder in der Kiste einsortieren Hahaha Hm Ja Also ich hätte die Sachen schon gern noch in mein Inventar Beziehungsweise in meinem Besitz Halt Ich kann das auch Das auch Das auch Das auch Hey wieso hab ich jetzt wieder in mein Inventar Hm hm注ver Das mach mir jetzt am Besten A bzw. am blöbsten Jetzt komm mit die Sonst versuchte ich dann meine Ab avait Dann bin ich meine 70 Leben Traurig, aber wahr. Naja. Und sonst macht's ja gar keinen Spaß. Ihr braucht's ja aber jetzt zum Lachen. Haha. Ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst dann nochmal wieder ein bisschen offline weiterspülen. Und Eisen sammeln. In meiner Mine. Dass ich zumindest die Stocheln ausbauen kann. Oh Gott, jetzt bin ich mein Haxen. Doch nicht. Wenn wir schon auf hoch eingestellt haben, dann muss ich auf jeden Fall irgendwann meine Verteidigung ein bisschen verbessern. Ich kann mal schon schauen, ob ich schon Beton machen könnte. Eigentlich schon. Ich hab doch schon mal das Sement hergestellt. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich hätte aber schon gemeint. Hab ich das da eingelegt? Doch, ich hab's ja gar schon Beton gemacht. Wann hab ich das gemacht? Beach factor. Dipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptapptipptipptipptpft! Ja, aber ich hab nämlich doch eigentlich ein Skoelplan gehabt. Beton, Betonstütze, Betonsäule... ... fünfer... fuchzig... ... äh... ... war das... na... ... Moment, wo ist das da? Ich muss da mal eins herstellen, also ich weiß, wer das ausschaut. Na, das hat doch noch kleinere gegeben, oder? Da, wo ist das denn? Ich hätte mir, das hat auch fünferzwanzig gegeben. Ah, da kann ich das ja wieder in der Werkbank herstellen. Moment... Es hat da auch fünferzwanzig gegeben. Da bin ich echt zu dumm... Ach, da ist doch mal, ich hab das doch hingebaut, oh Gott! Beton... Betonrampe... Na, fuchzig... Alles klar... Na ja, dann ups... ... stört man einfach mal... Wer kann nicht erst und wurde fuchzig, oha! Super! Ich hätte nämlich eigentlich hier auf vier gehabt... Moment... ... ähm... ... b-b-b-b-b-b-b-b... ... ... mh... ... mh... ... mh... ... mh... ... mh... So, genau, weil dann kann ich nämlich die Zombies dadurch nämlich kaputt machen. Das normalerweise reicht es ja, wenn die einfach in die untersten zwei Reihen mit denen ich stacheln, äh, stacheln, mit denen ich soll da machen. Dann kann ich die Zombies da unten töten und normalerweise noch ein Looten. Das ist eigentlich richtig genial. Ich darf mir nicht zu viel auf Oma wegreißen, weil sonst bricht mein Gott die Bavallagenturzung. Und dann habe ich mich wieder botzen. Jawohl, supergeil. Das ist wieder... ein Job für... für Speedfolge oder irgendwo ist. Da will ich einfach mal wieder zwei Stunden nichts anderes machen, als will ich weghauen, hinbauen. Weghauen, hinbauen. Und euch das auf zehn Minuten zum Switch. Falls das euch überhaupt interessiert, ich kann es einfach so machen. Offline, ohne Aufnahme. Das ist mir gleich... Ja, ich kann das Asse hauen. Aber ich glaube, ich mache da meine Stockel kaputt, wenn ich das Asse haue, oder? Na, es geht. Ja, geil. Kann ich das aufwerten und mal das betonen? Ja, aber da brauche ich nur noch ein Biton dazu. Hm. War recht. So lange kann der Dreck-Sack da in meine Base reinkommen, ist mir das egal. Da brauche ich hundert Jahre, bis ich das weggebaut habe. Wieso habe ich das nicht klein gemacht? Kann man das mal irgendwie erklären? Ha, ha. Shit, höll. Aber es ist gut, irgendwie, außergewöhnlich ruhig, obwohl auf hoch eingestellt ist. Schimmeln jetzt alle gut da hinten umeinander, oder was? Es ist keine normale Ruhe. Das macht mir... Das macht mir leicht Sorgen. Dass es gar so ruhig ist. Mir hat auch einer gesagt, dass ab der dritten Wille auch solche dickeren Zombies kommen. Und dann erst recht gut gemacht. Bis der nächste Wille schaffen, die es auf keinem Fall ist, alles auszubauen. Und dann muss ich ja so viel zu euch sammeln. Ei, ei, ei. Dann müssen wir einfach mal ein paar Farming-Folgen machen. Und dann müssen wir einfach mal ein bisschen Dermin nehmen und geiern. Ein bisschen Beton machen. Steine weglupfen. Eigentlich müsste ich ja dazu im Gefängnis sein, oder? Steine klupfen. Ich mache jetzt nicht viel galt, oder? Ich kann da aber auch... ...einfach irgendwo anders, in der er steht. Ich muss ja mal so einen kleinen Bunker bauen, oder irgend sowas. Und jedes Mal bei der Wille da auch hingehen. Was ist jetzt jetzt schon wieder für feuch? Oh, da hab ich mich erschrocken. Das ist doch gereischt, feuch. Stirb! Da hat er ja Schimmelbrot dabei. Missgeburt. Alter, hab ich mal vollgebrochen. So ein Arschloch, alter. Da ist nur irgendwo einer. Ich hehehe, alter. Du hast ihn nur so feucht. Was? Warte, ich habe ihn übelst erschrocken. Ach du Scheiße, wie fühlt er das an? Oh, ich bin gar tot. Das will ich mal von oben anschauen. Da ist nirgendwo so gereicht. Scheiße, wo ist denn der? Was ist denn das? Das ranzete Arschzombie, der alte Grot. Über meine Maus wieder drüber gekommen. Ach, das war so ein Scheißspinnzombie. Das ist ein Witz. Wo ist denn das? Wenn wir ihn jetzt wegmachen. Oder ist er schon gefreckt? Wahrscheinlich das da. Da halten meine Stacheln voll nicht lang aus. Aber ich glaube, ich habe mich selber in die Luft gesprengt. Der ist ja groß. Von der Schreck. Scheiße. Da sind die Stacheln kaputt. Da hat er fast unten gefallen. Da sind immer noch Zombies. Da ist nichts drin. Da sind die Stacheln. Alter, ja. Ich höre doch da irgendwo ein. Oh, leck. Freunde. Es hilft alles nichts. Ich muss den Schlüssel machen. Ich bin ja schon voll drüber. Scheiße. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche das. Ich brauche das so aber, sehr gut.